Drei Arten, Gedichte aufzuschreiben Ein trockenes Flussbett, ein weißes Band von Kieselsteinen, von weitem gesehen, hierauf wünsche ich zu schreiben, in klaren Lettern, oder eine Schutthalde, geröll, gleitend unter meine Zeilen, wegrutschend, damit das heikle Leben meiner Worte ihr dennoch, ein dennoch jedes Buchstabens sei. Kleine Buchstaben, genaue, damit die Worte leise kommen, damit die Worte sich einschleichen, damit man hingehen muß zu den Worten, sie suchen in dem weißen Papier, leise. Man merkt nicht, wie sie eintreten, durch die Poren, Schweiß, der nach innen rennt, Angst, meine, unserer. Und das dennoch jedes Buchstabens. Ich will einen Streifen Papier, so groß wie ich, ein Meter sechzig. Darauf ein Gedicht, das schreit, so wie einer vorübergeht. Schreit in schwarzen Buchstaben, das etwas Unmögliches verlangt. Zivilcourage zum Beispiel, diesen Mut, den kein Tier hat, Mitschmerz zum Beispiel, Solidarität statt Herde, Fremdworte, heimisch zu machen im Tun, Mensch, Tier, das Zivilcourage hat, Mensch, Tier, das den Mitschmerz kennt, Mensch, Fremdworttier, Worttier, Tier, das Gedichte schreibt. Gedicht, das Unmögliches verlangt, von jedem, der vorbeigeht, dringend, unabweisbar, als rufe es Trink Coca-Cola Der ist gemütziger, der fröhre revis ist oder der Schandball roller oder oxygen . er childhood sind ä